Also aktuell fühlt sich alles gut an. Knie hält. Das ist schon mal das Beste. Ja, am Anfang war halt ein bisschen rostig auf dem Eis wieder, aber läuft alles wieder. Ja genau, also Unterzahl hat jetzt letzter Zeit ziemlich gut funktioniert, aber Überzahl mussten wir noch ein paar Details arbeiten, was wir jetzt in den letzten Wochen im Training auch gemacht haben und hoffentlich zeigt sich das dann auch im Spiel. Ja, ich glaube ein ehrgeiziges Team. Die hatten ja einen ziemlich schwierigen Start in die Saison und die werden hart drauf gehen, vor allem zu Hause nach einer langen Fahrt. Das ist ein schweres Spiel, aber ich glaube, wir haben alles im Wuchsam, um das Spiel zu gewinnen.